da kann das Sanktum, Marenna hmm hmm wie letztens 1 und Spanneln wieder gefehlter ne klick mich auf ich kann das nicht nachvollziehen wieso jetzt wollte ich sagen wieso dürfen so ne Leute spielen und werden nicht für immer verbannt für immer ja ja wär aber am besten so für alle Spiele aber ne so so ich lasse mal, mal wohnen m und ich kann ja ja hier darf man hm wo braucht die Auflösung weggehen das mit dem Gammel Equipment hm aber ich hab am Ende schon ein bisschen 700er an wo darf die rausziehen obwohl ich glaube ja mein ich weiß gar nicht wann ich sehen das letzte Mal gespielt hab oh Gott ich will nicht einfrieren hier scheiße man wups ich steh immer im Dreck hier drin ja ungewohnt wenn man so nah ran muss ne mh das ist sowieso ungewohnt weil ich will ja ich will ja schon von Weitem angreifen das geht gar nicht naja mit ein paar wenigen Schlägen kannst du das machen hier im Hammer und so ne ja ja der latscht ja einfach voll durch jetzt der latscht ja einfach voll durch jetzt hm wir stagnulieren geht auch nicht um manchen gut zu wissen ich versuche nochmal zu ich versuche nochmal zu hier sind die Mullen hm hm so das ist noch eine hm oh das war ja mit dem jaja war das schon die Bosse hier oder was weißt du noch? echt? ne ohja das hat ja ewig gedauert hm 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 haha i hm 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 äh, abklingeln und ich auch machen denn noch nie ein so ich wollte das Thema machen. Das ist ein bisschen ungewohnt. Ja. Erdwirbeler-Zielwechsel. Die Zielwechsel. Oh. Erd in der Säule, andere ausweichen. Mhm. Was soll das? Wieso kann ich es nicht? Jetzt geht doch... Da kommen noch immer mehr von denen. Ja, das weißt du doch noch. Zwei Tage her, da waren wir drin. Ach stimmt, ja. Autsch. 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 Der muss so viel heilen, der Heiler. Ja. Das ist nicht normal, ey. Voll leid eigentlich. Dig die auch scheiße. Jeder Nop kann hier rein sein, ne? Ah. Alles Nops. Ja. Und? Ich glaub, die anderen machen voll viel Schaden. Vielleicht in unseren scheiß Schaden auch. Ich will ja meinen gar nicht sehen. Ich kann meinen auch nicht sehen. Da muss ich ziemlich weit drunter scrollen. Der Punk soll es nicht spotten. Wer spottet denn? Keine Ahnung. Oho. Oh shit, ich bin jetzt. Nee. Prrr. Ich bin nicht bereit. Ständig hör ich ihn, und nicht bereit. ich will gar nicht mehr oh shit oh shit ich bin ich bin ich bin ich bin ach jetzt komm ich raus ich bin ich bin ich 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 oh der ist schon weg ja das geht viel schneller als letztes weißt du ach ich hab mal bonus beute cool kronen der klippen äh... kronen der klippen Letztens hat das wie lange gedauert? 7 Minuten oder so? Das war richtig lange Oder der meinte mich Aber kann man sich nicht vorstellen Naja, früher hat man hier mit Totenverfall tatsächlich Akku gezogen Aber spotten ist ja spotten halt Ja Du kannst spotten zum Beispiel Womit? Ich weiß nicht mehr wie das heißt Ah, Busse? Was? Busse? Was, Russe? Busse! Nee, da gibt es noch irgendwas anderes Ich glaube, das heißt direkt Spott oder so Echt? Sowas, ja Nee, hörh! Nee, hörh! Loserh! Ja, hörh! U Bak! Ich weiß, ich weiß, was du gesehen hast Ich weiß, dass du wirst Ich weiß, was du und wie auch nicht bereit ja diese Wehkeit ist noch nicht bereit die ich setze aber ich muss nicht mehr rein oh da geht ja gleich rauf hier was ist mit ihm los? die alle sind alles OP hier ich dachte jetzt hier in der Mitte oder so blöd da steht die ist hier in Höckelautsche ja wie soll ich denn weggehen? jo ich hab grad alles mitgenommen hier an Schaden aber zum liebsten ja unsere hervorragenden formidablen Heiler oh gut was ist schon echt schwierig so wie nicht leben hier so vernünftig durchzukommen die haben ganz schön was zu tun hier sag ich mal hm hm das ist jetzt wieder wie verängstigt Alter der läuft auch ständig hin und her mit dem ja eben ich kann nicht gut entgehen ja 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 wie war das? geil ne? na ich ging schon ich kann meine Armee holen ähh in dieser Zeit sie schocken Flammen nun war auch schon wieder feiern Rutsch die Städte doch ein wo das in der Kurve Leben in meiner Nr nicht dass sie mir ebenso schnell sterben die Leute machen auch keinen Schaden ich meine ich knall hier rein wie blöde ne ja wenn da mehrere von unserer Sorte sind nein kein Wunder alle so wie mit 3.000 DPS oder so ja ja wird dann schon malchen dauern oh man 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 aber macht keinen Spaß Autsch ja das war nicht nett hatte ich nicht mal so ein Diener oder sowas Hülle Hülle den haben die schon seit äh wenn die Jahre entfernt echt und sogar mit diesem Add-on wurde der Unterricht ja auch alle Flammen oh mein Gott ich bin ein bisschen es hat ein Drehort und Schüls er muss aus den Flammen raus äh Blutmann Lungen ja dann müsste eigentlich müsste der Tank nicht irgendwie woanders doch nicht ganz viele tot viele viele tot die würde ja erressen irgendwie so aber wir liegen hier wo ist denn dieses Ding verbündete erwecken verbündete erwecken kann ich nicht benutzen so als hätte ich das schon gemacht habe ich doch gar nicht oder jemand hat das schon gemacht ja das kann sein ich kann mir nicht vorstellen dass das hier eine globale Abkängzeit ist für alle oder so eigentlich nicht ich glaube hier muss man raus oh ich glaube hier muss man raus oh ich glaube hier muss man raus oh ich glaube hier muss man raus Alter geh doch mal kaputt hin da kommt ja noch der andere Boss dann ne mhm wo ständig die Adds kommen da boah ja was steht hier oh so schon wieder irgendwelchen 640er Kram hier bekommen was ist Rune der Kraftverstärkung okay hallo hallo oder so danke wo ist diese Rune jetzt gelandet hier die können wir verwenden ich sehe wieder nicht durch in meinem Scheiß da 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 haben wir schon so viele davon warum bin ich so langsam ja nun sonst ich weiß nicht mein Zeug zu schwer n 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 Ah, komm. Oh, ist ja noch einer. Hm. Oh, wirklich. Sterb. So. So. Schnell den Boss fertig machen, aber ganz schnell. Und dann ist gut. Feuer, Nova, geh weg von den anderen. Geh doch von mir weg. Ja, wie soll man denn weggehen? Nee, da musst du halt weggehen. Das ist ja der Sinn der Sache. Du sollst halt eben dann mal nicht kämpfen. Okay. Oh, das... Ich muss mich so an, ich weiß nicht wieso, an diese alten Indies erinnern und bevor man angefangen hat, dann wurde alles erklärt und oh Gott. Das ist schon ziemlich viele Jahre her. Ja. Ich weiß noch, ich würde nicht glauben, was mein erster Schlachtzug überhaupt war. Ich weiß so, mit einer der ersten war Naxxramas, das 70er dann aber, ne? Hm. Und... War das 70 oder 80? Ne, 80 war das, ne? 80. Oh, ich verrecke hier gleich. Ich glaube nicht, dass es unbedingt die erste war, aber ich weiß noch, wie wir... Da waren wir wirklich lange unterwegs. Ne, ich glaube, mein erster war hier Sonnenbrunnenplateau. Dann sind wir ja zwei Tage am... mussten wir rein. Ne? Hm. Das war ne Scheiße, ey. Hm. Und einer hat diesen Scheiß... Da hat dieser Bogen getroppt, ne? Ja, ja. Wo man keine Munition für braucht, der... Zu der Zeit hat man noch Munition braucht, der dann, ne? Hm. Ja, hat der sich gefreut. Ich glaube, der hat fast geheult, ey. Leute, geht doch weg von mir. Geht doch weg von mir. Wenn ich hier kämpfe. Ja. Echt. Woo! 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 Jetzt komme ich nicht rein. Wieso, wie du bist du denn? Der pustert mich immer weg, wenn ich da dran möchte. Ja, da musst du wohl rumlaufen. Oh! Jawohl. Juhu! Screen Shop gespeichert. Ist das schön. Einrahmen. Einrahmen. Ich kriege nur 640er. Einrahmen aufhängen, ja, für Silbernlager genau. Hm, hm, hm. Joa! Coole Sache. Schön. Ah, ich muss noch lösen. Oh, und nochmal so ein 640er. Okay, ist alles gold, ne? Alles gold. Auf zum nächsten. Gleich.